Der Anbruch eines neuen Tages. Sieht so aus, als fängt diese Versammlung, von der die merkwürdige Gestalt sprach bald an. Die Obdachlosen setzen sich in Bewegung. Ich möchte, dass ihr an der Kundgebung teilnehmt und Informationen sammelt, Lachios. Begebt euch zur Stadt mit dem Mondbruchs und hört euch die Ansprache an. Kehrt zu mir zurück und berichtet, was ihr herausfinden konntet. Sammelt Informationen bei der Versammlung von Mondbruch. Wir bekommen Geld und Erfahrungspunkte. So, ist ja nicht so weit. Wir müssen einfach nur hier, da stehen sie schon, Durchreisender und so weiter. Zusammenkunft beginnt in Kürze. Hier ist die Gestalt wieder. Sie sind die verwaisten Kindersturms. Aha. Als ob den König das kalt lässt, wenn Kinder sterben und auf der Straße hungern. Die sollte in die Politik gehen. Schön die Leute aufwiegeln. Und das war die Versammlung. Also ich finde es wirklich schade, dass hier keine Vertonung mitgekommen ist. Äh, mit Kataklyssen. Bei den neuen Quests hätten sie vielleicht auch mit einfügen können. Ehre dem König, Freund. Ich konnte die Jubelschreie von hier aus hören. Wir haben es anscheinend mit einem riesigen Problem zu tun, Lachios. Wir müssen die Identität dieser schattenhaften Bedrohung aufdecken, bevor wir die Hilfe Sturmwins anfordern. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Wir bekommen Geld und Erfahrung. Wir bekommen Geld und Erfahrung. Vielen Dank.